Hey yo, ich chill gerade auf meinem Balkon. Der ist so groß, hier passen sogar zwei Stühle. Und hier, damit ihr seht, hier habe ich grüne Pflanzen. Ich habe gedacht, das wären Hamppflanzen. Bin zum Verkäufer gegangen, habe gesagt, ich brauche Hamppflanzen, ich will die verkaufen. Und da hat er gelacht und hat mir die gegeben. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, der hat mich reingelegt. Es sind überhaupt keine, der Blödi. Man sieht bestimmt meine Augenränder, das liegt daran, dass ich krank werde. Das war jetzt ein Nackenklatscher, nur umgedreht. Wie nennt man jemanden, der breit ist wie ein Bär, aber nichts drauf hat? Bärlauch. So, hier könnt ihr einmal sehen, das ist ganz tolles Wetter. Es ist nicht kalt, es ist auch nicht heiß. Es ist wirklich perfekt. Und wenn man jetzt genau guckt, hinter diesem Baum da, dieser große, der rechte, dahinter ist eine Bushaltestelle und dort kommt der Bus mit den Leuten, die es interessiert. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir schauen ihn mal. und diesen Einstellungen aus, östernunniach. Also selber ich zum Männer, dann kann da bis zum Vieck sein. Und den monkey. Wir sehen uns das jetzt auch gleich? Sie schauen uns eben auch mal, wie wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020